Musik 10 Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man in der Schule ist. Wie viel ist einmal neul? Lenni? Neun ist, also 1 bei neun ist rein. Richtig. Jawoll! Huch! 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 Wir brauchen einen. Huch! 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 Geh weg! Sag mal, spinnst du? Huch! Das ist mit dir los. Ja, guck mich doch mal an! Sie sieht immer hässlich aus. Da könnte sie doch keine Schmenke gebrauchen. Ich brauche mich, weil es reicht hier, das geht gar nicht. Bio, schnell, her! Alter, her! Gib her, schnell! Gib mal her, wird's los! Hab ich ja. Hey, komm her! Gib her! Komm her! Eine Stunde schnell, die Deutschklassenarbeit gehen, wir brauchen uns! Danke, tschüss! Ja, hallo! Ja, ich bin grad mitten im Unterricht. Ja, war gestern cool, oder? Wahnsinn, Spiel! Pssst! Können Sie mal leise sein? Ja, das war richtig geil! Ja, wollen wir uns morgen treffen, ne? Ich schreibe auf einen Test! Wo ist denn Lilly? Bin ich da! Die ist krank! Alter! Doppel! Hör! Oh! Hör! 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 Es geht nie ab! Ja, auch. Hör! Gibt es nicht? Ich habe auch gegeben, dass ihr die Quartalzahlen lernen sollt. Emily, sag bitte, welche? Äh, einmal 2 ist es? Nein, 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 das sind doch gar nicht die Friedenzahlen. Leni, bitte. Gut, ich meine Frau werden. Also Leni, das sind doch nicht die Quartalzahlen. Geh wieder auf den Platz. Hallo, Mama? Oh, Mama! Nee, Pommes will ich zum Abendbrot, ist doch klar. Oh. Ja! Was war das denn? So. Mache, ich habe jetzt ins nächste Level gekommen. Ich habe jetzt einfach den Eltern abgeholt. Ich habe jetzt die Karte an. Oh, nein. Nein! Oh Mann! Das Problem ist, ich habe wieder ein Handy. Nein, ich habe heute Döner gemacht. Ich habe Döner gemacht. Ich habe Döner gemacht. Oh. 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 Sie hat schon wieder ein, so geht es nicht so voll mit mir. Nein! Nein!